Okay, äh, ich hab doch M gedrückt? Hä, wieso klappt denn das nicht? Ah, jetzt. Okay, oh was? Äh ne, das kann doch nicht sein. Scheiße. Mann, 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 das geht gar nicht. Okay. Aha. Das gibt's doch jetzt wohl nicht. Immer komisch auf diese Scheiß Y. Oh, ein Loch? Na toll. Oh. Na, quatsch. Toll, jetzt aber. Und, tsch, aua. Hä? Hä? Wie jetzt? Ich hab am Schluss noch nichts eingesetzt, das kann's doch nicht sein. Das kann's jetzt wirklich nicht sein. Oh. Ah. Ich versteh es nicht. Na gut. Hä, jetzt ist hier gar keiner mehr da? Okay. Hier muss irgendwo ein Geheimweg sein noch. Irgendwo. Das kann nicht sein, das... Das kann's doch nicht sein, ganz ehrlich. Ich hab hier einen Schlüssel für nichts eingesetzt. Hier muss es doch irgendeinen... ...secret Raum geben oder so. Es... Hä? Na gut, diesmal rufe ich absichtlich das auf. Warte, ich bin hier. Ich hab Komp... Ich hab den Kompass, das heißt, hier werden Truben angezeigt. Wenn ich hier hingehen... Ach! Ich hab... Ah! Ich bin doof. Ich bin doof. Ah, vorhin konnte ich da nicht lang, weil ich den Hammer nicht hatte. Jetzt hab ich ihn und... Na, ich verstehe. Ach so, ach so, ach so. Wie erklär ich das denn jetzt? Ach, tot. Ist vielleicht doch besser so. Jetzt warte ich hier, so. Runter. Geh nach oben. Und so. Stirb. Ah! Okay, kommt hier hin. Ah! Die verarschen mich doch. So ein Scheiß ist das hier. Och. Ich verliere sowas von unnötig. Ich scherze. So. Yeah. Komm schon, irgendwo muss ein Herz sein. Ja. Und aktivieren. Nium. Nium. Gut. Ja. Ah. Verdammt so. 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 Ah, das schon wieder. Hey, so geht's. So geht's. Alles klar. Nimm das. Herz. Noch zwei Herzen. So. Wow. Wow. Es ist schon auf und jetzt kann ich hier lang. Komm schon, geh durch. Hä? Ich seh nichts. Okay. Das ist mit A1. Da kann ich Charakter und so wegmachen. Alles klar. So, dann werde ich die jetzt umbringen. So. Dann aktiviere ich. Ach so. Ah, alles klar. Das heißt, ich muss mit einem Pfeil hier gegenschießen. Und dann geht das so hoch. Ja, so ungefähr. Oh, Schlüssel brauche ich. Oh nein. Wo bekomme ich denn den jetzt schon wieder her, hier? Das kann doch nicht sein. Wo ist noch ein Schlüssel? Ah, ich weiß wo. Da muss ich hoch. Wie komme ich denn da jetzt hin? So ein Scheiß, ey. Hätte ich diesen Schlüssel nicht für diese sinnlose Sache eingesetzt, könnte ich da jetzt einfach durchgehen. Aber nein. Ey, was wollte ich denn jetzt? Ah, ja, stimmt. Oh. So. So. Ah ja, hier. Hä? Es ist doch unlogisch. Ah, da unten. Jetzt habe ich es gefunden. Was? Ich sagte, ah, da unten. Es explodiert doch. Oh, ich dachte schon. Da wäre nichts. Aber ich bin richtig, Gott sei Dank. Stirb. Nein, stirb. Stirb. Ich sagte, stirb. Stirb. Ach, egal. Geh doch weg. Herz. Oh, mit Mama kann ich es natürlich nicht machen, ey. Ist ja scheiße. Oh, schon wieder so ein Raum. Oh, schon wieder so ein Raum. Und so. So. Ach, jetzt habe ich den Drehraums. Subidubi. Was ein Fall. Alter. Scheiße eins. Okay, was ist das hier? Und... Da ist es. Eine Karte. Keine Angst. Denk nicht, jetzt habe ich den Schlüssel nicht. Hier ist nämlich noch eine Wand. Und da ist der Schlüssel dann drin. Dann habe ich wirklich alles gemacht. Der allerletzte Schlüssel. Okay. Stirb und... Stirb. Scheiße. Und... Stirb. Und stirb. So.